So Freunde, wir von 110 Realtalk möchten unserer Community, die uns so fleißig supportet, etwas zurückgeben. Daher haben wir uns gemeinsam mit Tore Gimichibasi ein kleines Gewinnspiel überlegt, um euch, den fleißigen Supportern, etwas zurückgeben zu können. Was müsst ihr dafür tun, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen? Folgt unserem YouTube-Kanal 110 Realtalk, der wird hier eingeblendet, sowie unserem Instagram-Kanal 110 Realtalk und kommentiere unter die Podcast-Folge von uns, gemeinsam mit Tore Gimichibasi, deinen Instagram-Account und warum du unbedingt dieses Trikot gewinnen solltest. Unter den Kommentaren, die die Bedingungen erfüllt haben, wird dieses Trikot verlost, beziehungsweise werden beide Trikots verlost. Also auf diesem Wege viel Erfolg und immer schön weiter fleißig pushen.